Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele heute mit euch Go. In diesem Tutorial wird es darum gehen, wie ihr einen gegnerischen Stein auf der dritten Linie fangen könnt. Wir haben uns ja im Tutorial Nummer 4 angeschaut, wie wir mit Steinen auf der Grundlinie und auf der zweiten Linie verfahren. Und heute geht es eben um die dritte Linie. Das ist die Ausgangssituation, ihr seht den weißen Stein auf der dritten Linie. Schwarz gibt Atari, Weiß verlängert, Schwarz setzt nach. Ja und wenn Weiß jetzt versucht zu flüchten, seht ihr worauf das hinausläuft. Es gibt keine Möglichkeit aus der schwarzen Umklammerung zu entkommen. Schauen wir uns das nochmal an. Die Ausgangssituation, es beginnt wieder damit, dass Schwarz Atari gibt. Weiß will flüchten verlängert, Schwarz setzt nach. Und bei diesem Abtausch ist absehbar, dass aufgrund der knappen Anzahl an Freiheiten Weiß seine Steine nicht retten kann. Wenn wir uns die Sequenz noch einmal im Detail anschauen, dann fällt auf, dass bei A ein Schnittpunkt entsteht, der einiges an Gefahrenpotential enthält. Deshalb ist Schwarz gut beraten, diesen Schnittpunkt zu schützen. In der Konsequenz daraus gelingt es Weiß, einen Schnittstein zu platzieren. Aber wie ihr hier seht, auch dieser Schnittstein vermag nicht, Weiß zu retten. Weiß kann Atari geben, Schwarz nimmt raus und wenn Weiß dann nochmal Atari spielt, schließt Schwarz ganz einfach. Und auch auf der Grundlinie, wie ihr jetzt hier seht, gibt es für Weiß kein Entkommen. Wir können uns die Sequenz nochmal anschauen. Ja, hier geht es los. Schwarz spielt Atari. Es entsteht auf A ein Schnittpunkt. Schwarz schließt diesen Schnittpunkt, indem er einfach drauf setzt. Und nun kann Weiß umbiegen. Schwarz blockt. Weiß spielt den Cut. Schwarz spielt Atari. Und auch wenn Weiß jetzt versucht, auf welche Art auch immer zu manövrieren, reicht es im Endeffekt nicht, um sich zu befreien oder um zwei Augen zu bauen, die Weißen Steine sind verloren. Ja, und hier kommt gleich von Schwarz noch eine Rückschlagfalle. Wenn Weiß schlägt, kann Schwarz zurückschlagen und die Weißen Steine sind raus. Gehen wir nochmal zum Anfang zurück. Ich zeige euch jetzt nochmal die Version ohne Schutz des Schnittpunktes. Wir haben ja gesehen, dass Weiß nicht in der Lage ist, aus diesen beiden offenen Schnittpunkten Kapital zu schlagen. Aber für die spätere Entwicklung ist es halt gut, wenn Schwarz diese Punkte schließt. Und zu dieser Variante des Schließens vom Schnittpunkt auf der vierten Linie zeige ich euch jetzt noch eine Variation. Es geht so los, wie ihr das vorhin gesehen habt. Weiß spielt den Cut. Schwarz spielt Atari. Weiß versucht, auf der zweiten Linie weiterzukommen. Und nun reagiert Schwarz auf das Atari anders, nämlich verlängert. Und ihr seht, Weiß kann nicht auf A Atari geben, weil die beiden weißen Steine auf der letzten, auf der neunten Linie keine Freiheiten mehr hätten. Kann also nur auf der linken Seite Atari geben. Und dann nimmt Schwarz raus. Das heißt, die Steine sind jetzt auch noch getrennt. Und damit hat Schwarz dann leichtes Spiel. Und kann die sich alle schnappen. Auf A die letzte Freiheit. Schauen wir uns das nochmal an. Bei all diesen Dingen, die ihr jetzt hier seht, muss euch klar sein, dass das im praktischen Spiel so wahrscheinlich nicht ausgespielt wird. Weil man das halt vorher sieht, dass das funktioniert oder nicht funktioniert. Wir gehen es jetzt nur deshalb durch, weil es uns auch zeigt, wie Steine laufen, wie Steine sich bewegen, wie die Dynamik der Steine funktioniert. Hier jetzt ist es so, dass A nicht gespielt werden kann. Aber es spielt ohnehin keine Rolle, denn selbst wenn A gespielt werden könnte, dann könnte Schwarz immer noch rausnehmen. Und auch das, was Weiß jetzt auf der linken Seite probiert, ist letztlich natürlich völlig zwecklos. Hier kommt der Ausbruchsversuch. Schwarz blockt. Und jetzt nutzt auch das Atari nicht mehr viel. Ja, die weißen Steine sind verloren. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie die Sequenz aussieht, wenn die Formation spiegelverkehrt steht. Wir hatten ja jetzt hier das Atari. Weiß verlängert. Und Schwarz schützt den Schnittpunkt. Wenn Weiß jetzt umbiegt und Schwarz blockt, kann Weiß cutten. Ihr erinnert euch. Hier ist der Cut. Schauen wir nochmal, wie es auf der anderen Seite aussah. Weiß verlängert. Schwarz schützt. Weiß biegt um. Schwarz blockt. Der Cut. Hier ist ja nun offensichtlich, dass wenn Schwarz dort spielt, Weiß sofort im Atari steht. Und das beeinflusst natürlich die gesamte Situation. Auf der anderen Seite ist jetzt aber nicht sofort der Brettrand in der Nähe. Das heißt, hier muss jetzt wieder die Technik der Treppe eingesetzt werden, um den weißen Cutstein zu fangen. Und das läuft so. Ihr kennt das. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Weiß kann versuchen zu flüchten. Aber Schwarz bleibt den Weißen auf den Fersen und spielt letztlich so, dass er alle Steine rausnehmen kann. Und egal, was Weiß jetzt da probiert, auch die Flucht auf der Grundlinie führt zu nichts. Das heißt, all die weißen Steine sind verloren. Jetzt möchte ich euch noch auf die Position eines der drei schwarzen Steine aufmerksam machen. Ihr seht den Stein, der mit dem weißen Dreieck markiert ist. Dieser Stein kann interessanterweise auch woanders stehen. Und die Fangaktion funktioniert trotzdem. Das sehen wir jetzt hier gleich. Ja, ihr seht, der markierte Stein steht auf einer anderen Position und trotzdem funktioniert der Ablauf des Fangs reibungslos. Wir können das nochmal ineinander überblenden. Ihr seht die Position des markierten Steins. Sowohl auf der oberen als auch der unteren Position funktioniert das Fang der weißen Steine. Ja, und so wird es euch auch nicht überraschen, dass es noch weitere Positionen geben kann, in denen das alles so funktioniert. Ich habe noch eine für euch rausgesucht. Ihr kennt die, das ist der Tiger Shape. weiß verlängert, schwarz sitzt nach, weiß rutscht drüber, schwarz blockt und ihr seht, am Ende nimmt schwarz alle weißen Steine raus. Okay, ich hoffe, dieses Tutorial hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen hoch da, schreibt in den Kommentarbereich. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Tutorial wieder dabei seid. Dort wird es dann um elementare Züge oder Sätze im Go gehen und wie man sie im Spiel anwendet. Bis dahin, macht's gut, bye bye.